Menschen im autistischen Spektrum hassen es, zu duschen und zu baden. Tja, das ist natürlich eine pauschale Trigger-Aussage zum Anfang dieses Videos, welche zwar einiger Erläuterung bedarf, und dafür ist dieses Video da, aber natürlich einen Kern Wahrheit enthält, und zwar einen gehörigen Kern. Denn autistische Menschen haben häufig sehr, sehr große Probleme mit der Körperhygiene. Das ist etwas, das man bei autistischen Menschen immer und immer wieder beobachten kann. Und das natürlich umso mehr, je tiefer eine Person sich im Spektrum befindet. Es gibt dafür natürlich Gründe, und diese Gründe liegen tatsächlich im Autismus selbst. Der erste Grund ist der folgende. Viele Autisten empfinden Duschen oder Baden selbst sensorisch als sehr, sehr unangenehm. Ich kann mich noch zurückerinnern, ich in meiner Kinder- und Jugendzeit, und übrigens, ich selber war immer sehr unhygienisch in meiner Kinder- und Jugendzeit. Das habe ich wirklich erst zu meiner, ja, späten Jugendzeit in den Griff bekommen. Teilweise hatte ich auch meine Rückfälle und, ja, also final, sage ich mal, habe ich dieses Thema erst mit Mitte, Ende 20 für mich lesen können. Bei mir war es immer so, dass ich das Wasser aus der Dusche als extrem unangenehm oder sogar schmerzhaft empfunden habe, wenn es über meiner Haut gelaufen ist. Und deswegen habe ich sogar gegenüber einem meiner Diagnostiker auf das Asperger-Syndrom angegeben, dass ich das Duschen tatsächlich hasse. Ja, und das ist ja auch die Überschrift der Titel dieses Videos mitunter. Das ist ein Grund, warum autistische Menschen eventuell das Duschen und die tägliche Körperhygiene vermeiden. Ein weiterer Grund, der in eine ähnliche Richtung geht, ist derjenige, dass Autisten auch häufig die Pflegeprodukte, das heißt das Shampoo, das Duschgel, Seifen, Deos, Parfüms und so weiter, als sensorisch unangenehm empfinden vom Geruch her, aber eventuell natürlich auch als brennend oder allergisch auf der Haut wahrnehmen. Deshalb ganz, ganz viele Autisten immer versuchen, auf Produkte zurückzugreifen, welche keine künstlichen Duftstoffe oder ähnliches enthalten. Trotzdem ist das natürlich auch ein Punkt, der Autisten davon abhalten kann, die tägliche Körperhygiene vollumfänglich zu vollziehen. Viel entscheidender als die eben genannten Punkte ist aber der folgende. Die für Autisten so typischen Schwierigkeiten mit den exekutiven Funktionen, die exekutive Dysfunktionen. Kurz zur Erinnerung für die Leute auch natürlich, die auch neu auf diesem Kanal sind und noch nicht so viel über das Thema Autismus wissen. Exekutive Funktionen, das sind die neurobiologischen Strukturen in unserem Gehirn, welche dafür notwendig sind, dass wir Handlungen planen und durchführen können. Dass wir uns zu bestimmten Tätigkeiten motivieren können, dass wir aber auch mit Tätigkeiten, mit denen wir einmal angefangen haben, aufhören können, willentlich diese Tätigkeiten beenden können. Ja, und diese exekutiven Funktionen sind typischerweise bei Menschen mit Autismus beeinträchtigt. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Und ja, für die, die neu sind, richtig, diese Defizite bei den exekutiven Funktionen sind auch der Grund dafür, dass dir als mein autistischer Zuschauer alles doppelt und dreifach so schwerfällt, wie den Leuten in deinem Umfeld. Ja, und diese Defizite in den exekutiven Funktionen führen halt auch einfach dazu, dass Autisten es sehr schwer dazu haben, den Willen aufzubringen, die vollständige Routine der Körperhygiene zu vollziehen. Ja, sich eben dann auch zum Duschen zu zwingen, durch Willenskraft sich durchzubeißen, sprichwörtlich, wenn man zum Beispiel auch das Duschen als unangenehm empfindet. Das ist tatsächlich einer dieser ganz, ganz großen Faktoren. Dieser Faktor, der hat einen flüssenden Übergang zu dem nächsten Grund, warum Autisten häufig Probleme mit der Körperhygiene haben. Und zwar plakativ gesagt, sie haben keinen Bock. So, sie haben zum einen keinen Bock, also ich meine, wer hat schon Bock darauf, diese langweiligen, muss man einfach abarbeiten Routinen zu vollziehen, sind wir doch ganz ehrlich, also großen Spaß hat da wahrscheinlich der wenigste bei. Aber natürlich exekutive Funktionen, zum einen verhindern Autisten dabei, es trotzdem zu tun, obwohl sie keinen Bock darauf haben. Sie haben aber auch geringere Anreize aus dem sozialen Umfeld. Das ist jetzt der nächste Punkt. Hier ist der fließende Übergang, weil ja eben Autisten auch häufig gar kein soziales Umfeld haben. Oder zumindestens, tja, sehr viel weniger empfänglich dafür sind, Mitläufer in der Gesellschaft zu sein und sich deswegen natürlich auch viel weniger davon beeinflussen lassen, was andere Leute in puncto Körperhygiene so tun oder nicht tun. Und das betrifft natürlich auch, das ist jetzt ganz wichtig zu vollziehen, Das betrifft auch das Thema Mode, das betrifft bei Frauen insbesondere natürlich das Thema Schminken, das betrifft sich die Haare zurechtzumachen, eben da bei der Mode in der Gesellschaft, das was alle Mädels oder alle Typen so machen, Tagen, was die da so veranstalten, da sich eben mitziehen zu lassen, Mitläufer zu sein. Ja, das sind Autisten in aller Regel nicht und deswegen machen sie bei solchen Spielchen auch nicht mit. Und das ist zum Beispiel der Grund, warum ganz, ganz viele autistische Frauen sich zum Beispiel nicht schminken oder warum sie ganz einfachste Frisuren bevorzugen, zumindest statistisch gesehen, ich kenne auch viele Frauen, die sich echt extrem krass zurecht machen mit Autismus, aber dass sie zum Beispiel sich einfach nur einen Zopf machen für die Haare oder dass die autistische Frauen sich die Haare sogar ganz kurz schneiden, auf einen Zentimeter länger, einfach, dass sie sagen, dann bin ich dieses lästige Thema Haare endlich los. Ja, oder eben auch ganz einfache, bequeme Kleidung zu tragen, anstatt sich in Kleidungen zu zwängen, die ein bisschen schickimicki sind. Bei Frauen, ja weiß ich nicht, mag das die engere, weiblich betontere Kleidung betreffen. Bei Männern betrifft das auch das Tragen von Anzügen, von Hemden und so weiter und so fort. Ja, und so ist es natürlich tatsächlich auch so, dass ich in meiner Kinder- und Jugendzeit, da kommt jetzt zum Abschluss noch eine Anekdote von mir, dass ich in meiner Kinder- und Jugendzeit viele, viele, und das ist jetzt der letzte Punkt, der ist aber, der ist das Thema Mode, ja, viele, viele Jahre bis, jetzt muss ich mal nachdenken, ich habe irgendwann so in der zweiten Klasse angefangen und bis ich zwölf war, das durchgezogen, sechs, sieben, acht, vier, fünf, vielleicht sechs Jahre, dass ich nur und ausschließlich schwarze Kleidung getragen habe. Und ich habe übrigens immer noch eine Neigung dazu, nur schwarze T-Shirts zu tragen. Das weiß jeder, wer mal auf meinem Kanal in den älteren, ich meine jetzt die ganz alten Videos, Stilbert wird das auch sehen, dass ich in all meinen Videos immer nur ein schwarzes T-Shirt trage, und das hier habe ich mir tatsächlich nur gekauft für YouTube-Videos, ist ein Fakt, bin ich ganz ehrlich. Ja, eben natürlich auch diese autistischen Vorlieben immer das Gleiche vielleicht zu tragen, ja, einfache Kleidung zu tragen, was dann, und da schließt sich dann der Kreis tatsächlich zum Thema Duschen, Baden, Körperhygiene auf andere Leute im Umfeld wieder schlumpig wirken kann. Ja, dass das vielleicht ungepflegt wirkt. Oder mir hat man früher gesagt in der Grundschule, dass ich oder meine Mitschüler haben mir unterstellt, ich würde jeden Tag das, jetzt muss ich aufpassen, dass selbe T-Shirt, ja, nicht das Gleiche, sondern dasselbe. Ich habe jeden Tag das gleiche T-Shirt und die gleiche Kleidung getragen, aber nicht dieselbe, okay? Und das wirkt aber trotzdem zu einer ungepflegten Außenwirkung, und so muss man ganz klar auch autistischen Menschen sagen, ja, du musst doch aufpassen, oder du solltest darauf achten, hin und wieder verschiedene Kleidung zu tragen, um den anderen mal zu zeigen, nein, ich trage nicht jeden Tag das Gleiche, so wie ich mir extra verschiedene Oberteile nur für YouTube-Videos besorgt habe. Ja, das waren einmal ein paar Punkte zum Thema Autismus und, ja, ganz grob gesagt Körperhygiene, warum der Autismus tatsächlich das Ausführen von Routinen zur Körperhygiene und zur Körperpflege negativ leider beeinträchtigen können. Vielleicht noch ein letzter Satz dazu, gerade auch im Hinblick auf das, was ich zu den exekutiven Funktionen gesagt habe. Übung macht hier den Meister. Tatsächlich fehlt Autisten häufig der Anreiz und die Motivation im Routinen der Körperpflege zu etablieren, aber wenn man diese Routinen erstmal hat, dann wird es leichter. Und ja, jeder sollte versuchen, sich dort eine gute Daily Routine anzugewöhnen, seine Körperpflege zu vollziehen, weil es halt einfach das eigene Leben, dann sind wir ganz ehrlich, das Leben der Mitmenschen angenehmer macht. Ja, für dieses kleine Topic soll es das mal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen informieren, ein bisschen inspirieren, euch eine kleine Motivation geben, das Thema Körperhygiene anzugehen. Wenn ihr mich und dieses ganze YouTube-Projekt unterstützen möchtet, werdet von Herzen gerne Kanalmitglied, abonniert natürlich gerne hier. Für mehr Autismus-Videos jede Woche ein neues Video zum Thema Autismus. Ansonsten haltet die Ohren steif und bis zum nächsten Mal.